Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie heute sehr herzlich hier im Garten der Deutschen Botschaft in Ankara begrüßen. Heute ist der 2. April 2019. Sie sehen, es ist sonnig, es ist warm, Temperatur ist etwa bei 15 Grad. Und der Grund, warum ich Sie einlade, mir zu folgen, ist der, dass ich Ihnen heute eine besondere Art von Mitarbeiterinnen an der Deutschen Botschaft vorstellen möchte. An dieser Botschaft sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr fleißig, insbesondere die auf zwei Beinen. Aber wir haben sogar Mitarbeiterinnen, die mit Flügeln ausgestattet sind. Und die möchte ich Ihnen heute vorstellen. Und hier ist es Rätselslösung. Hier sehen Sie unsere Mitarbeiterinnen mit Flügeln, nämlich Honigbienen. Wir haben im letzten Jahr, in 2018, begonnen mit zwei Bienenstöcken. Das war eine so erfolgreiche Aktion mit dem Ertrag von 10 Kilo Honig, dass wir uns dieses Jahr entschieden haben, die Bienenstöcke zu verdoppeln von zwei auf vier. Und Sie sehen, welche Aktivitäten diese Honigbienen bereits entfalten. Und Sie haben auf dem Grundstück der Botschaft ausreichend Nahrung, viele Blüten bereits jetzt, sodass Sie die Bienen Waben füllen, Honigwaben füllen können mit frischem Honig. Mein türkischer Kollege in Berlin unterhält auch eine Bienenzucht, Nämlich auf dem Dach der türkischen Botschaft in Berlin im Tiergarten. Und dort produzieren deutsche Bienen Honig für die türkische Botschaft. Das passt doch wirklich sehr gut zusammen. Übrigens haben wir im letzten Jahr 10 Kilo produziert. In diesem Jahr denken wir, dass wir auf 20 Kilo kommen. Und dieser deutsche Botschaftshonig aus der türkischen Natur ist sehr beliebt.